...deutig spektakulärer in der Rennserie zu bewegen sein. Neue Reifen, neue Aero-Bedamme. Der Aero 2, ein Stück aus dem Museum. Wie zufrieden warst du mit deiner Leistung? Du, ich kam ein bisschen schlecht weg. Ich glaube, es waren zu viel Power, zu kalte Reifen. Und die ersten Meter waren nicht optimal. Aber du, es hat super Spaß gemacht. Bei dem Wetter noch offen zu fahren, mitten im Dezember. Macht schon riesen Spaß. Christian, dein Statement.